Die Energie AG denkt beim Schulstadtfest in Timmelkamm auch an morgen. Und damit meint man nicht den Schulstadt am Montag, sondern zukunftsorientierte Stationen, die Wissen und Spaß vereinen und hier rund 2000 Besucherinnen und Besucher begeistern. Das Schulstadtfest hat einen fixen Bestandteil bei uns im Jahreskalender. Es ist sozusagen ein Familienfest hier am Standort. Und natürlich machen wir es auch, dass wir den Jungen hier Energie greifbar machen können, dass man Energie erleben kann und dass wir dann den einen oder anderen neuen Mitarbeiter gewinnen für unsere Projekte. Im Hintergrund kann man hier sehen, was passiert, wie man Strom machen kann und wie der Strom dann verbraucht wird, wie zum Beispiel mit einem Auto reinbauen. Das gefällt den Kids, weil man merkt sich unmittelbar, was passiert mit der Energie durch das Treten, bewegt es dann das Auto und dieser Zusammenhang ist sehr wichtig. Warum interessiert dich das Thema Energie oder was weißt du darüber? Ja, weil es halt in der Schule schon ein großes Thema ist eigentlich bei uns. Und auch jetzt überhaupt ein großes Thema wird auch. Wegen dem Meet & Greet mit dem Thomas Krulginger, also vom LASK, weil meine Buben auch leidenschaftliche Fußballer sind und darum sind wir heute da. Was hast du da jetzt gerade in der Hand? Die Kramkarten von Thomas Krulginger. Und bist du wegen dem hergekommen oder was gefällt dir sonst nur da am Schulstartfest? Äh, nur wegen dem. Der Standort Timmelkamm wird bei diesem Fest bekannter und somit auch noch interessanter. In Timmelkamm haben wir eigentlich fast alles, was die Energie gemacht. Wir haben den Umweltbereich, wo wir Kühlschränke entsorgen. Wir machen mit unserem Gaskraftwerk eine sichere Versorgung für ganz Oberösterreich. Wir haben ein Biomassekraftwerk, mit dem heizen wir eigentlich die ganze Region. Und wir haben eine Photovoltaik-Anlage. Das heißt, hier ist wirklich auch ein Energiezukunftsstandort. Das ist schon eine Tradition, kann man so sagen, weil wir das halt einfach immer machen. Wir sind von Timmelkamm und das genießt man einfach. Die Kinder sind beschäftigt und wir ratschen ein wenig mit Bekannten. Es ist komod, passt gut. Anna, was gefällt dir? Eigentlich äußert auch die coolen Beschäftigungen und so. Das für die Kinder gibt es auch super. Ein Fest mit Tradition in einem Unternehmen mit viel Innovation. Erfolgreich und zukunftsorientiert. Das Schulstadtfest der Energie AG. 210 eins hin hin